Der Veit Tunnel Finisher. Mehr als nur bedämpfen. Für beste Finish-Ergebnisse. Ideal für alle Textilien am Markt, selbst für schwierige Naturfasern geeignet. Bestens geeignet für den Einsatz beispielsweise bei Aufbereitern, Textillogistikern, im Online-Versandhandel, sowie bei Bekleidungsherstellern und Unternehmen im medizinischen Bereich. Das neue verbesserte Conveyor-System. Die Ware wird über ein nahezu verschleiß- und wartungsfreies Kettensystem längst durch den Tunnel geführt. Optimale Vorbereitung der Ware. Feinste Besprühung mit Wasser. Optional kann ein Antistatikum, ein Neutralisationszusatz oder auch ein Duftstoff beigemischt werden. Perfekt für individuelle Anforderungen. Die Dampfeinheit. Sanftes Aufweichen und Entspannen der Fasern. Gleichmäßige Dampfverteilung durch das integrierte Veit-Dampfventil. Zusammen mit den 128 Spezialdüsen in den Dampfkammerwänden ist eine gleichmäßige Dampfbeaufschlagung und Verteilung garantiert. Ohne unerwünschte Streifen auf der Ware. Versenkte Düsen schützen die Bekleidung vor Beschädigungen. Innovativ die Antihaftbeschichtung. Bietet zuverlässigen Schutz vor Überhitzung und Anhaften auch kleinster Faserpartikel. Der nächste Schritt gleichmäßiges energieeffizientes Trocknen und Glätten in der Lufteinheit. Die optimierte Luftführung für beste Finish-Ergebnisse. Äußerst schonendes und effektives Trocknen und Strecken der dampfbehandelten Kleidungsstücke durch eine neu entwickelte Gebläsetechnologie. Gezielte Luftführung ohne Strömungsverluste. Zusätzlich senkt die Wiederverwendung der Warmluft in den Lufteinheiten den Energieverbrauch deutlich. Nachhaltig und effizient. Die automatische Erkennung der Kleidungslänge am Tunneleingang. Der Ausblastrichter richtet sich am Prozessende von selbst auf die passende Höheneinstellung aus und spart dadurch enorm an Energie. Ideal gerade bei dichter und wattierter Ware. Durch die gleichzeitige Luftzufuhr von unten in der Ausgangseinheit sorgt der Puppeneffekt für ein qualitativ hochwertiges Finish-Ergebnis. Die Kleidung erhält ihre natürliche Fülle zurück. Unseren Anspruch an Qualität und die langjährige Entwicklungskompetenz aus über 1000 VEIT Tunnelfinisher-Anlagen sind die Grundlage unserer Technologien im Bereich der professionellen Textilaufbereitung. Für alle Materialarten und Branchenbedürfnisse entwickelt das VEIT-Projekt-Team die perfekte Lösung. Das VEIT-Modulsystem. Individuell abgestimmte Lösungen für spezielle Kundenanforderungen. Flexible Zusammenstellung der Dampf- und Luftmodule. Vom preisgünstigen Grundmodell zur maßgeschneiderten Spezialanlage mit der neuen Cotton-Care-Einheit. Die innovativen VEIT-Technologien setzen dabei neue Maßstäbe. Der VEIT Tunnelfinisher. Perfektion und Innovation.